Mit dem Raptor-Triebwerk hat SpaceX ein hochmodernes Raketenantriebssystem für das Starship entwickelt und plant sich nicht darauf auszuruhen. Gerade hat Elon Musk das Raptor 3 mit 350 Bar Brennkammerdruck und 269 Tonnen Schub bestätigt. Beides absurd hohe Werte. Als wiederverwendbares flüssiges Methan-Sauerstoff-Triebwerk wurde es speziell für den Einsatz in der Super Heavy-Rakete und der Starship-Oberstufe konzipiert. Aber selbst wenn das Starship noch Jahre auf sich warten lassen sollte, mit seinem innovativen Design und seiner hohen Leistungsfähigkeit gepaart mit Massenproduktion bei geringen Kosten, hat das Raptor-Triebwerk das Potenzial, die Raumfahrt zu revolutionieren. Viel seiner Faszination kommt aus seinem gestuften Verbrennungszyklus, wobei sowohl der Treibstoff als auch der Oxidator jeweils durch eine eigene Vorverbrennung gehen. Auf Englisch Full Flow Staged Combustion. Das ist nicht ganz so einfach zu erklären, aber zusammen mit einer ganzen Reihe von Besonderheiten lohnt es sich, das im Detail anzusehen. Freut euch in dieser Episode auf ganz viel Feuer und ganz viel Schub. Heute stelle ich das SpaceX-Raptor-Triebwerk und seinen Zyklus vor. Wir schauen uns an, wie es funktioniert und welche unterschiedlichen Designs SpaceX verbaut. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Typisch deutsch fange ich ganz am Anfang an. Die Entwicklung des Raptors geht schon mindestens bis auf das Jahr 2009 zurück. Damals hat SpaceX zum ersten Mal öffentlich von der Entwicklung eines Oberstufentriebwerks mit dem Namen Raptor gesprochen. Auch wenn damals noch von einem Wasserstofftriebwerk die Rede war. Mit Raptor meint man bei SpaceX übrigens eigentlich ein Raubvogel, kein Dinosaurier. Bisher waren es bei SpaceX ja mit Kestrel und Merlin für die Falcon-Raketen immer Falkenarten, die auch zu den Raubvögeln zählen. Aber spätestens mit den Draco- oder den Super-Draco-Triebwerken hat man sich ja bei SpaceX sowieso von der Vogelnomenklatur gelöst. Im August 2019 ist das Raptor-Triebwerk mit dem Starhopper das erste Mal geflogen. Damit war es das erste Methalox-Triebwerk, zu deutsch Methan- und Sauerstoff-Triebwerk, und das erste Full-Flow-Stage-Combustion-Triebwerk, also eine gestufte Verbrennung mit komplettem Durchfluss, das je geflogen ist. Mittlerweile hat es sowohl bei den Starship-Höhenflug-Tests als auch bei dem ersten Flug der gesamten Starship-Pakete gezeigt, was es kann. Auch wenn es stand, Mai 2023 immer noch nicht in den Orbit geflogen ist. Bevor wir zu den unterschiedlichen Raptor-Triebwerken kommen, wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, unbedingt senkrecht Start abonnieren. Ja, vom Raptor-Triebwerk gibt es an jeder Starship-Rakete mehrere Arten. Grundsätzlich funktionieren die aber alle im gleichen Antriebszyklus. Vom Meereshöhen-Raptor-Triebwerk gibt es aktuell an Starship und Booster zwei unterschiedliche Bauarten. Über Schubvektor-Steuerung verfügen nur die drei Meereshöhen-Raptoren in der Starship-Oberstufe und die inneren 13 Raptoren am Super-Heavy-Booster. Sowohl an der Starship-Oberstufe als auch am Booster sollen sie verwendet werden, um wieder zu landen. Der äußere Ring von 20 Raptoren am Booster besteht nur aus Raptoren, die keine Schubvektor-Steuerung haben und nicht im Flug erneut gestartet werden können. Hier könnte SpaceX etwas Gewicht von der Rakete in die Startplattform verlegen, denn das Starten eines Triebwerks braucht Hilfsluide und zusätzliche Technik, die man nur mitnehmen will, wenn man sie unbedingt braucht, um möglichst viel Gewicht zu sparen. Sea-Level oder Meereshöhen-Raptoren meint hier, dass sie auch bei den Luftdruckbedingungen von Start und Landung gut funktionieren. Tatsächlich ist der Name aber etwas irreführend, denn grundsätzlich haben alle Raketentriebwerke im Weltraum mehr Leistung, weil sie nicht gegen einen Luftdruck anarbeiten müssen. Vakuum-optimierte Triebwerke holen dann aber noch einen Tick mehr aus dem eingesetzten Treibstoff raus, da sie das Abgas mit einer größeren Düse weiter entspannen können. Das senkt allerdings die Effizienz dieser Triebwerke in dichteren Atmosphärenschichten, bis dahin sogar, dass die Triebwerke dann gar nicht funktionieren oder sie sich sogar zerstören würden. Ganz spannend, Meereshöhen-Raptor sind noch nicht mal auf Meereshöhe optimiert. Normale Erststufentriebwerke, die entspannen in der Düse das Gas, normalerweise auf so ein halbes Bar. Das führt zwar zu sehr kleinen Effizienzeinbußen direkt an der Startrampe, erlaubt der Rakete aber in den weniger dichten Luftschichten etwas effizienter zu fliegen, was die leichten Einbußen beim Start mehr als kompensiert. Der Booster hat allerdings ein Platzproblem. Noch mehr Raptor-Triebwerke gehen einfach nicht hinein oder darunter. Und schon gar nicht, wenn sie eine größere Glocke hätten. Hier hat sich SpaceX dann gegen Effizienz und für mehr Schub entschieden. Kommen wir zur letzten Raptor-Bauart. Die dritte Version des Raptor-Triebwerks bilden die Vakuum-Optimierten. Von ihnen werden aktuell drei Stück pro Starship verbaut, wobei Elon Musk schon gesagt hat, dass man später auf sechs gehen wird, um die Performance der Starship-Oberstufe zu verbessern. Neben der Größe seiner Düsenerweiterung, der Triebwerksglocke, liegt der augenfälligste Unterschied in der Farbe der Triebwerksglocke, beziehungsweise irgendwie sieht die ja anders aus. Das liegt an der anderen Bauart der regenerativen Kühlung. Während die Meereshöhen-Raptoren eine doppelte Wand für die Kühlung haben, wird das Vakuum-Raptor ab etwa einem Drittel der Düsenerweiterung in Röhrchenbauart gekühlt. Diese Art der Kühlung kennen wir von vielen amerikanischen Triebwerken wie dem F1, aber auch dem RL10, aber auch das europäische Vulcan der Ariane 5 und 6 ist in dieser Bauart ausgeführt. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum diese Düsenerweiterung überhaupt extra gekühlt werden muss. Das wird beim Vakuum-Optimierten Merlin der Falcon 9 und anderen Triebwerken ja auch durch die Abgabe von Wärmestrahlung gelöst. Deshalb blühen diese Düsenerweiterungen ja gelblich-rot. Zum einen werden diese Triebwerke nicht wiederverwendet, das ist also nicht so schlimm, wenn die Düsenerweiterung über die Brennzeit etwas leidet. Zum anderen liegt das MVEC ja nach der Stufentrennung frei im Weltraum und kann so über die Wärmestrahlung die Energie in den Weltraum abstrahlen. Das ist bei den Raptor-Triebwerken in der Triebwerksschürze der Starship-Oberstufe so nicht möglich. Für die Oberstufe leuchtet es glaube ich ein, dass alles, was für die Zündung der Triebwerke benötigt wird, mitgeführt werden muss. Während das beim Merlin-Triebwerk durch ein Zündfluid gemacht wird, zünden die Raptor-Triebwerke mit einem elektrischen Gaszünder. Das kannst du dir tatsächlich ein bisschen wie ein handelsübliches Gasfeuerzeug vorstellen, wo ein elektrischer Zündfunke die initiale Zündenergie liefert, um eine kleine Zündflamme aus Methan und Sauerstoff anzustecken, an der sich dann die eigentliche Verbrennung entfacht. Bemerkenswert, dass nach dem Update auf Raptor 2 die Brennkammerzündung eingespart werden konnte. In einem Interview mit Everyday Astronaut sagte Elon Musk, dass sie jetzt nur noch in der Vorverbrennung Gaszünder haben. Er dürfe aber leider nicht weiter sagen, wie die Zündung der Brennkammer jetzt ohne eine eigene Zündung funktioniert. Ein bisschen können wir das vielleicht erraten. Da beide Fluide, also Methan und Sauerstoff, ja vorverbrannt werden, kommen in der Brennkammer beide gasförmig an. Der Punkt, an dem sich Methan ohne weiteres Zutun entzündet, vorausgesetzt Sauerstoff ist anwesend, der liegt etwa bei 600 Grad Celsius. So können wir dann davon ausgehen vielleicht, dass die beiden Gase diese Temperatur mitbringen und sich damit selbst entzünden, sobald sie aufeinandertreffen. Wenn wir uns Videos von Testfeuerungen des Raptor-Triebwerks ansehen, fällt dann auf, dass das Raptor trotz seines extrem komplexen Antriebszyklus sehr, sehr schnell zündet und auf Schub geht. Das spart nicht nur Treibstoff, sondern könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass die heißen Gase sich schon beim ersten Aufeinandertreffen selbst anstecken. Bevor wir uns den Antriebszyklus genauer ansehen, auf Schub gehen ist ein gutes Stichwort. Säckreichstatter kann nur voll Stoff geben, weil ihr den Kanal unterstützt. Hier geht wieder ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Schutzengel, die Säckreichstatter regelmäßig monetär unterstützen. Ihr helft wirklich aktiv mit den deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Aber wir wollten uns ja den Antriebszyklus ansehen. Vielen, vielen Dank an Corey, dass ich seine coole Animation benutzen darf. Einen Link zu seinem Kanal CBS Productions findet ihr in der Beschreibung. Los geht es an der Methanpumpe, die etwa 150 Kilogramm pro Sekunde flüssiges Methan in einen Verteilerring kurz unterhalb des Düsenhalses pumpt. Am Düsenhals, da wird ein Triebwerk thermisch am stärksten belastet. Da macht es Sinn, hier mit dem noch extrem kalten Methan die Kühlung zu beginnen. Die eine Hälfte des Treibstoffs, die fließt dann durch eine doppelte Wand am Düsenhals vorbei und kühlt die Brennkammer. Der andere Teil, der fließt nach unten und kühlt die Düsenerweiterung, das heißt die Düsenglocke. Diese zwei Ströme erwärmten Methans werden nun wieder zusammengeführt und in den Gasgenerator der Methan-Turbopumpe gedrückt. Hier kommt ein kleiner Teil Sauerstoff dazu und wir verbrennen das Brenngas brennstoffreich, also Fett. Das heißt, nur ein kleiner Teil Sauerstoff ist vorhanden, aus dessen Verbrennung mit einem kleinen Teil Methan die thermische Energie für die Vorverbrennung bereitgestellt werden kann. Das expandierende Gemisch aus Methan und einem kleinen Teil des Abgases aus der Vorverbrennung entspannen wir jetzt über eine Turbine, um hier die Leistung zu erzeugen, die dann die Methanpumpe antreibt. Diesen Teil des Triebwerks ohne die Kühlung nennt man die Methan-Turbopumpe oder auch Methan-Powerpack. Das unverbrannte Methan wird nun mit dem Abgas aus der Vorverbrennung gasförmig in die Brennkammer gedrückt. Gasförmig bedeutet hier einen großen Vorteil gegenüber flüssigem Brennstoff, da sich das Brenngas schneller entzündet und besser verbrennt als ein Gemisch aus flüssigem Treibstoff und Oxidator. Schauen wir uns jetzt die LOX-Seite an, das LOX-Powerpack. LOX, das steht im Englischen für Liquid Oxygen, zu deutsch flüssiger Sauerstoff. Auf der Sauerstoffseite passiert jetzt etwas ähnliches wie auf der Methan-Seite. Die Sauerstoffpumpe drückt den meisten Sauerstoff in ihre eigene Vorverbrennung, in den Gasgenerator. Nur ein kleiner Teil wird für die Vorverbrennung der Methanpumpe abgezweigt. Da sich die LOX-Pumpe direkt über der Brennkammer befindet, geht der Sauerstofffluss von oben durch die Pumpenstufen direkt in die Vorverbrennung. Hier im Gasgenerator der LOX-Pumpe kommt dann ein kleiner Teil Brennstoff dazu, also das Methan, und wir verbrennen das ganze Brenngas sauerstoffreich. Sauerstoffreich bedeutet, es ist mehr Sauerstoff im Gemisch, als zur Verbrennung des Treibstoffs eigentlich notwendig wäre. Die thermische Energie aus dieser Vorverbrennung nutzen wir dann zum Antreiben der Turbine, die über eine gemeinsame Welle dann alle Pumpenstufe darüber antreibt. Hier wird auch ein weiterer Vorteil der Anordnung der Sauerstoff-Turbopumpe zentral über der Brennkammer deutlich. Ich meine, das macht nur das Raptor so. So kann die Turbopumpe nämlich axial durchströmt werden. Das heißt, der Sauerstoff-Massenstrom geht aus der Pumpe axial nach unten in die Vorverbrennung und nach der Turbine von dort direkt in die Brennkammer. Das spart Bauraum, Rohrleitung, Gewicht und macht die Turbopumpe etwas effizienter. Zusätzlicher positiver Nebeneffekt, man nutzt das massive Pumpengehäuse auch als Aufhängung für die kardanische Aufhängung, also für dieses Schwenklager. Nachteil, man baut so etwas höher. Am Ausgang der Sauerstoff-Turbopumpe wird der Großteil des Sauerstoffs und ein kleiner Teil Anteil an Abgas aus der Vorverbrennung nun in die Hauptbrennkammer gedrückt. Und das natürlich mit einem höheren Druck, als in der Brennkammer im Betrieb herrschen soll. Und hier wird vielleicht ein Vorteil des Antriebszyklus deutlich. In der Vorverbrennung darf ich nicht zu heiß werden, da sonst der Sauerstoff sogar die genialste Legierung auffrisst. Ich kann also nur eine begrenzte Menge Gemisch vorverbrennen. Tue ich das in beiden Massenströmen, also sowohl bei Methan als auch beim Sauerstoff, kann ich die größtmögliche Menge vorverbrennen, ohne Temperaturlimits zu überschreiten. Das wiederum erlaubt mir deutlich höhere Drücke in der Brennkammer oder aber ich verzichte auf etwas Druck und schone dadurch das Triebwerk. Und bedenkt, von was für absurden Drücken wir hier sprechen. Damit in der Brennkammer 300 Bar und mehr ankommen, muss das Gas vor der Turbine ja deutlich höhere Drücke haben, da es sich ja sonst nicht zum Betrieb der Turbine entspannen kann. Laut Elon Musk sind es mehr als 600 Bar. Und das kann man durchaus nachvollziehen, wenn man die Werte von RS-25 oder dem RD-180 kennt. Sogar die 300 Bar sind nicht einmal der Zielbrennkammerdruck. In Tests wurden auch schon 330 Bar erreicht. Das ist schon ein extremer Wert und liegt weit über allem, was bisher erfolgreich geflogen ist. 300 Bar, das entspricht ja etwa dem Wasserdruck in 3000 Meter Tiefe. Das größte Flüssigtriebwerk, das F1 der Saturn V, also der Mondrakete, ich habe sie ja da stehen, hatte läppische 70 Bar Brennkammerdruck. Ganz interessant, Elon Musk hat in einem Interview gesagt, sie versuchen bei SpaceX immer den Schub der Triebwerke zu erhöhen. Effizienz sei nett, aber letztendlich solle ein Triebwerk vor allem Schub erzeugen. Beim Merlin-Triebwerk der Falcon-Raketen konnte das von einem eher bescheidenen Schub zu Zeiten der Falcon 1 von 35 Tonnen auf mittlerweile 100 Tonnen gesteigert werden. Ohne schwerer zu werden, was es zum mit Abstand besten Schubgewichtsverhältnis aller Orbital-Raketentriebwerke macht. Aber die Raptor-Entwicklung ist ja noch nicht abgeschlossen. Ich würde mich nicht wundern, wenn SpaceX seinen eigenen Rekord des Merlin-Triebwerks mit einem Schubgewichtsverhältnis von 190 mit dem Raptor noch bricht. Aktuell ist das Raptor mit 1,6 Tonnen Gewicht bei 230 Tonnen Schub halb so schwer wie das RS-25 von Space Shuttle und SLS und hat trotzdem mehr Schub und damit ein SGV-Schubgewichtsverhältnis von 143. Und plant sich nicht darauf auszuruhen. Gerade hat Elon Musk das Raptor 3 mit 350 Bar Brennkammerdruck und 269 Tonnen Schub bestätigt. Beides absurd hohe Werte. Gerade in der Wiederverwendung ist das Schubgewichtsverhältnis noch besonders interessant, weil man das Gewicht ja zurückfliegen muss und dann landen. Elon Musk hat gerade einen Testplot veröffentlicht, der das Raptor 3 zeigen soll. Mit sagenhaften 350 Bar Brennkammerdruck sollen so 269 Tonnen Schub erzielt worden sein. Angenommen, das Gewicht wäre gleich geblieben, würde es das Raptor auf ein SGV- oder Schubgewichtsverhältnis von 168 und damit sehr nah an das Merlin heranbringen. Der Test wurde vermutlich von NASA Spaceflight gefilmt. Dazu schrieb Elon Musk, dass sie eigentlich nicht erwartet hatten, dass das Triebwerk die Belastung aushält. Bei 33 Raptor-Triebwerken am Booster und angenommen, dieser Schub kann regulär an der Rakete realisiert werden, sprechen wir dann von 8.877 Tonnen Schub. Ein völlig absurder Wert. Wie genau das Raptor 3 Triebwerk aussieht, wissen wir noch nicht, aber Elon Musk setzt darauf, dass sie noch mehr Dinge entfernen oder integrieren können, um letztendlich die Hitzeschilde der Triebwerke ganz weglassen zu können. Die Triebwerke werden also noch aufgeräumter und glatter werden. Hitze wird aber weiter ein Problem bleiben. Der Wunsch von vielen Raketen-Nerds, die Filmkühlung innerhalb des Raptors zu reduzieren, wird wohl nicht so einfach umsetzbar sein. Hier muss also weiter Treibstoff am Düsenhals eingespritzt werden, um dort die extrem beanspruchte Wand vor dem Schmelzen zu bewahren. Weil das RS-25 grob in einer ähnlichen Liga spielt wie das Raptor, liegt ein Kostenvergleich nahe. Obwohl das RS-25 durch das Space Shuttle-Programm der NASA ja entwickelt wurde, muss die NASA für jedes neue Triebwerk im Artemis-Programm mehr als 100 Millionen Dollar hinlegen. Wir wissen nicht gesichert, wie viel das Raptor in der Produktion kostet, aber Elon Musk hat als Zielpreis 1000 Dollar pro Tonne Schub ausgegeben. Das wären dann nur etwa 250.000 Dollar pro Triebwerk. Selbst wenn Elon Musk da zu viel will und sie doch auf eine Million Dollar pro Triebwerk kämen, hätten wir da einen Faktor 100 zwischen Old Space und New Space. Das ist schon krass. Aber damit SpaceX daraus überhaupt einen Vorteil erzielt, muss das Raptor erst einmal Geld verdienen. Und wie wir aus dem Twitter-Space-Interview mit Elon Musk wissen, hat SpaceX gerade die Produktion des Raptors gedrosselt, weil sie derzeit mehr Triebwerke haben als Raketen zum Starten. Meine Zusammenfassung des sehr aufschlussreichen Interviews, die verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Wenn SpaceX mal in einen regulären Startbetrieb des Starships übergeht, wird man allerdings genau diese Produktionskapazitäten wieder brauchen. Mit aktuellen 39 Triebwerken an jeder Starship-Rakete wäre der Bedarf dann nämlich sehr, sehr hoch. Zumal Elon Musk ja davon ausgeht, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bevor sie die Wiederverwendung beim Starship in den Griff bekommen werden. Erstmal keine Wiederverwendung und Wegwerf-Raptoren? Ja, aber das macht es ja eigentlich für uns nochmal extra spannend. Das bedeutet nämlich, dass wir die super coole Entwicklung der Wiederverwendung von der Falcon 9 noch einmal geschenkt bekommen und nach jeder gescheiterten Landung wild spekulieren können, woran es gelegen hat, wie lange es noch dauert. Und wann wir endlich die nächsten großen Sprünge da draußen angehen. Besorgt euch schon mal Popcorn und stellt die Getränke kalt. Die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich und wir sind da live dabei. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dann mal auf.